Heute gibt es wieder mal das Rampenfest von der Firma CCW wo wir unsere Kunden einladen und Pizza essen. Das machen wir seit 5, 6, 7 Jahren. Das ist eigentlich immer so das Gleiche. Kunden einladen, Pizza essen, gemütlichen Abend haben miteinander. Bis vor 5 Minuten war schönes Wetter. Jetzt kommt das Gewitter. Das ist das erste Mal, dass wir Regen haben am Rampenfest. Musik Eigentlich wäre das Zelt und die ganze Pizzaproduktion dort unten gestanden. Das hätten wir jetzt alles tun müssen. Es hätten jetzt wie nicht müssen sie drängen. Musik 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 Das Rampenfest ist schon wieder vorbei. Ich habe ein bisschen vergessen zu filmen während des Anlässts. Wir sind ganz viele von unseren Kunden gekommen und es gibt uns die Möglichkeit, einerseits mit unseren Kunden zu sprechen. Aber es ist auch so eine Möglichkeit, dass wir die Kunden vielleicht miteinander kurz schliessen und ein bisschen Synergie nutzen können. Und das finde ich eigentlich eine recht schöne Geschichte. Darum machen wir das jedes Jahr. Das ist es wieder gewesen. Vielen Dank für alle, die gekommen sind. Sorry für alle, die es nicht geschafft haben oder verpasst haben. Das wird es nächstes Jahr wieder geben. Bis dann. Musik 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 Musik